Heute möchte ich dir einen Mantel vorstellen, den wir auf Wunsch eines Kunden gefertigt haben. Schwarz und glänzend, extrem weit geschnitten. Ich gehe mal näher ran, vorne klassisch mit Knöpfen geschlossen. Sehr viel Material, du siehst es an den schönen Falten hier unten, an dem glockigen Fall. Ein breiter Gürtel ziert den Mantel und dieser ist, siehst du es hier vorne, genau wie oben der Verschluss am Hals, mit einem Schloss für sichern, dass die Person dann nicht mehr rauskommt. Die Ärmel sind sehr großzügig, voluminös gearbeitet, mit kleinen Falten hier oben und auch mit einer großen Mangette, die mit einem Druckknopf zu öffnen ist, damit die Person gut rein und raus gleiten kann. Ein wundervolles Teil, schaust du dir nochmal in voller Pracht an, mit der liebevollen Verarbeitung, die du von Rosengarn kennst. Die Paspelverarbeitung an den Kanten überall, einfach ein Prachtstück. Wenn du auch so außergewöhnliche Ideen hast, melde dich gerne bei uns, teile unsere Video, damit die Community wächst. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal, deine Karin.